Es brauchte eine Generation, damit unsere Wissenschaft wieder den Entwicklungsstand erreicht, den wir brauchen. Aber mein Vater hat sich für uns auf eine Reise begeben, um uns wieder dahin zu bringen, wo wir waren. Du wolltest nicht, dass Dad geht. Denkst du wirklich, es geht alles zu Ende? Wir werden weg sein, bis ich alt genug bin, um zu entscheiden, ihn wiederzusehen. Es gibt hier 9000 Menschen. Das ist dein Leben. Du musst genug erlebt haben, um zu wissen, was das bedeutet. Was passiert, wenn wir es bis dahin schaffen? Wenn wir es bis dahin schaffen, haben wir uns verändert. Ihr solltet jedes Mal Angst haben. Jedes Mal, wenn ihr da draußen außerhalb dieser Mauern seid. Wir werden bereit sein. Wir werden bereit sein. Wir werden bereit sein. Wir werden bereit sein. Ich muss meinem Leben einen Sinn geben. Wir werden bereit sein. Wer kann ich nicht tun? Wer kann keiner von uns tun? Alles okay. Was hast du davon? Uhh, ich bin ein Sinn.